Ein Mann mit einem Traum von einem Würfel, der ihm das beste Draft aller Zeiten baut. Und damit, was geht ab Freunde und herzlich willkommen zu einem Food Draft Roll Big Dice. Ja Freunde, lang, lang ist es her, dass wir diese Serie am Start haben. Und deswegen freue ich mich heute umso mehr, dass es losgeht mit dem ersten FIFA 23 Roll the Dice. Wer jetzt von euch sagt, was? Ganz einfach, wir starten gleich in der Draft rein. Da gibt es immer fünf Spieler. Wir haben sechs Würfel, sechs Zahlen. Kommt ihr eins, nehmen wir den ersten Spieler, kommt die zwei, nehmen wir den zweiten Spieler und so weiter und so fort. Kommt die sechs, dann dürfen wir uns einen Spieler aussuchen. Und ich glaube, dieses Jahr wird es nochmal eine viel krassere Herausforderung werden, weil die Spieler ja teilweise auf dem rechten Flügel sind. Und dann kriegst du aber eine Position mit dem rechten Mittelfeld. Das heißt, die geben überhaupt gar keine Chemie. Könnte also sein, dass wir am Ende irgendwie mit, ja, keine Ahnung, acht Chemie da rumdümpeln. Ich weiß nicht, mal gucken. Aber das wird, glaube ich, auch gerade das Lustige daran werden. Ich brauche euren Support. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt. Wenn ihr es feiert, ja, Freunde, ich würde sagen, wir starten rein mit dem ersten Draft, mit dem ersten Roll the Dice. Der Draft-Token wird angewendet und wir haben die Auswahl zwischen fünf Formationen. Der Würfel wird nun entscheiden. Roll the Dice. 4, 5, 1, offensiv. Nehmen wir mit, geht klar. Und jetzt kommt der El Capitano. Jetzt haben wir, jetzt haben wir den Salat. Wir haben einen MS und können im Endeffekt eigentlich gar nichts mit ihm anfangen. Der Würfel sagt die vier. Und wir kriegen Frank Ribéry. Ich will ja nichts sagen, Freunde, aber ich hatte schon immer ein bisschen Glück im Spiel. Okay, nächste Position. Der Stürmer. Es ist, ich bin nicht am Fuschen. Es ist die sechs. Wir können uns einen aussuchen. Wir können uns gerade aussuchen. Nehmen wir Thuram, Lukaku, Tonekin oder Hogan. Und wir müssten hier einfach mit dem Hero gehen. Denn der bringt nochmal fette Chemie. Das heißt, der ist auf jeden Fall full. Nächster Spieler wird wieder die sechs. Es ist wieder die sechs. Wow. Ja, okay. Jetzt können wir, ja ganz wichtig, dass wir uns das jetzt ja aussuchen können. McAllister, Eze, Almeida. Aber wir können halt schauen, ob wir ein bisschen mit Chemie gehen. Wir haben jetzt hier Premier League. Und der Rest ist, weiß ich nicht, was das alles ist. Deswegen gehen wir mit Eze, Gebreze. Okay, linkes Mittelfeld. Die zwei. Und das ist ein Fünf-Sterne-Skiller. Luis Carlos Nani. Boah. Maximo wäre so geil gewesen. Warte, ich würfel nochmal eben. Ah, schade. Okay. Also die beiden hätten natürlich richtig... Boah. Mit Ribéry. Aber, ja gut. Der ist eh off-cam. Den müssten wir dann irgendwie einwechseln. Gehen wir weiter. Zentrales Mittelfeld wird die Nr. 1. Oh... Milinkovic, Savic, Ma... Oh, Marquisio. Okay, also der Würfel bisher bringt noch nicht ganz so viel Glück. Rechtes Mittelfeld. Gehen wir rein. Ja, so ein Bowen wäre nicht schlecht. Obwohl auch Bernadeschi gehen würde. Wir kriegen die Sechs. Wir kriegen echt häufig die Sechs heute. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall mit... Ja, wir müssten mit Bowen gehen. Alter, was ist das für ein Draft? Wenn die Gegner das sehen werden, die denken, wir wären besoffen gewesen. Die Nr. 4 schon wieder. Puh, Guerreiro passt halt super rein. Gerade von der Chemie her. Ja. Immerhin haben wir noch einen Portugiesen. Rechter Verteidiger. Der Würfel gibt uns die 3. Das erste Mal die Nr. 3. Alter, was machen wir hier? Walker. Walker wäre krass gewesen. Quadraten, Trippier. Aber Danilo... Ja, 9 Chemie. 9 Chemie bisher. Nochmal die 4. Und das... Oh! Maldini! Let's go! Das ist richtig wichtig. Das ist big. Okay, Maldini nehmen wir auf jeden Fall mit. Das heißt, wir sind jetzt schon mal auf 12 Chemie. Nächster Innenverteidiger. Da haben wir... Keine gute Auswahl. Aber so ein Keen, so ein Evans... Ja, okay, Keen wäre schon am besten. Bitte Würfel. Einmal die 5. Und es ist die 6. Das heißt, wir können auswählen. Nehmen wir Philippe. Kommt aber nicht gut auf Chemie. Und Titi wäre natürlich geil für Ribéry. Aber es wird Zeit, dass EA das patcht. Dass man das einstellen kann. Und so würde ich sagen, gehen wir mit Keen. Der bringt halt am meisten... Ja, man kann leider hier... Man kann nicht ändern, ne? Man kann nicht... Wie kann das sein, dass man das nicht ändern kann? EA Sports. Es wird Zeit. Ihr habt ein Jahr Zeit dafür gehabt. Torwart. Und es wird die 6. Wir würfeln so oft die 6. Na, das ist krass. Nicht denken, dass es wäre gefakt oder so. Yes. One take. One take. Gut, dann kommen wir zur Ersatzbank. Würfel. Zeig mir an. Die Nummer 3. Und es wird... Oh, nein. Ja, ja. Touré. Nächster Spieler. Wir würfeln zuerst. Haben die 1. Und bitte EA. Gönnen. Uff. Eitor. Eitor können wir überhaupt nicht gebrauchen. Nächste Position. Okay, der Würfel zeigt mir die 2 an. Und es wird... EA. Ivan Perisic. Passt auf jeden Fall am besten rein. Bringt Chemie. Müsste eigentlich. Ja, okay. Bringt keine Chemie. Aber wir können ja nochmal schauen. Nächste Position. Würfel. Gib die 6. Bitte. Und jetzt. Come on. Oh. Das bringt uns gar nichts. Meum Vater. Abraham. Mertens. Chill Will. Chill Will ist halt auch wieder... Der wäre so gut, ne. Den könnten wir halt echt gut einbauen. Aber bringt uns leider gar nichts. Aber die anderen bringen halt auch überhaupt nichts. Deswegen nehmen wir einfach mal Chill Will mit. Vielleicht... Können wir irgendwas noch einstellen? Ich weiß es nicht. Okay. Der Würfel sagt an. Schon wieder die 6. Bitte. Gönn. Irgendwas. Oh. Was sollen wir damit? Wir haben... Ja. Wir haben Player. Wir haben Friedrich. Aber bringt halt keiner irgendwas, ne. Das ist ärgerlich, wenn du... Wenn du halt die 6 würfelst. Und dann kommt nichts Vernünftiges zur Auswahl. Hier brauchen wir eigentlich auch gar nicht wieder würfeln. Die Nummer 4. Nehmen wir mit. Nächste Position. Come on. Die 5. Rashford wäre halt nice gewesen. So kriegen wir Mr. Pimmelkruise. Die 6. Und bitte jetzt einmal. EA. Gönn uns eine geile Auswahl. Nabil Fekir. Okay. Der passt auf jeden Fall besser als Ribéry rein, ne. Dahoud bringt gar nichts. McKinn. Ja, McKinn. McKinn könnten wir halt benutzen. Aber ich will jetzt auch gar nicht nur eine Liga machen. Ich will auch geile Spieler drin haben. Okay. 4 Spiele haben wir noch zur Auswahl. Come on. Die 4. Wir brauchen jetzt die 4. Bitte. Come on. André. André. Ey, das wäre der nächste Hero gewesen, ne. Die 4 kriegen wir jetzt. Oh, let's go, Lacroix. Der ist, der ist fett. Den können wir auf jeden Fall mitnehmen. Und das ist mir auch egal. Wir nehmen auf jeden Fall Lacroix mit. Den werden wir safe spielen. Auch wenn der Off-Chem ist. Und dann müssen wir hier halt mit Fekir gehen. Safe Sache. Machen wir auf jeden Fall so. 2 Spiele haben wir noch. Der Würfel sagt die 6. Und es bringt uns gar nichts. Wie geil wäre jetzt Zemedo gewesen. Hätten wir den Off-Chemistry spielen können, ne. Aber gut. EA macht, was EA will. Und wir müssen da mit Danilo gehen. Jetzt haben wir noch einen Torwart zur Auswahl. Das ist die letzte Position. Und ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eine 6 hier. Das ist sogar wieder die 6. Dann würde ich sagen, gehen wir mal mit Riemann. Bringt aber auch nichts an Chemie. Schauen wir mal eben, ob wir noch irgendwas ändern können. Können wir noch irgendwas ändern? Alter, wir haben ja nicht mal irgendwelche guten Subs oder so, ne. Wie sollen wir denn mit dem Team irgendwas reißen? Stimmt, wir haben vergessen, den Manager zu wählen. Vielleicht bringt der ja nochmal ein paar Punkte. Okay, wir haben Galtier. Wir haben 2 aus der Premier League. Ich habe keine Ahnung. Der Würfel macht, was er will. Bringt der irgendwas? Nope. Okay. Ultimate Draft Übersicht. Wir haben ein 104er Gesamtrating. Ribéry, Milinkovic, Savic und Maldini sind unsere Starspieler. Ich bin gespannt, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein ins Draft und sehen, was es wird. Das wird so eine Herausforderung. Gehen wir rein. Let's go. Und wir brauchen auf jeden Fall gleich Ribéry, aber der geht schon mal direkt ab. Boah, der ist perfekt. Nabil, Nabil, Ofken. Nabil, Fickil. Let's go. Vierte Minute. Der fackiert mich lang. Der haut direkt mit seinem Schlappen rein. Ich sage euch eins, dieser Maldini wird Game Changer sein. Der wird der absolute Game Changer sein. Und Fickil ist auch stark. Und der ist auch stark. Das ist Kien. 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 2-0. Zehnte Minute. Let's go. Läuft besser, als ich gedacht habe. Ganz ehrlich. Die Jungs haben Bock. Und jetzt Ribéry. Ribéry. Und Ribéry mit der 14. Der kann was. Der kann was. Oh. Boah, Ederson. Jetzt kommt die Entscheidung. Peri. Wir gehen aus der ersten Partie mit 2-0 raus. In der zweiten Hälfte ist echt nicht mehr viel passiert. 2-0. Gehen wir rein ins nächste Match. Was hat er für ein Team? Gucken wir es uns an. Areola. Fünferkett. Das sieht auf jeden Fall nach einem Schwitzerspiel aus. Ja. Ja. Bowen. 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 Einmal falsch gestanden. Jetzt aber. Boah. Wieder so ein Stolperball. Komm. Komm. Komm durch. Komm irgendwie durch. Bitte. Oh. jetzt aber let's go 1 1 kommen wir haben jetzt druck gemacht zehn minuten lang ja bitte kommen 21 wo kommt das denn jetzt her let's go jawohl was für ein traumball ich wollte ihn so sweaten ich bin da ich bin da ich bin da ja gerochen aber nicht bekommen nein weg kommen wir dran das gibt's doch gar nicht was alle laufen voll ball weg keiner will verantwortung übernehmen ja gut aber der nimmt den kundschmidt 3 3 87 der ribberie macht das stark durchspielen hat so viel platz bitte mach ihn rein der typ macht den unterschied und jetzt einfach bunkern 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 let's go wir drehen das spiel wir lagen hinten liegen vorne liegen hinten und am ende drehen wir das ganze noch mal und gewinnen mit 4 zu 3 alter was ein game das war wirklich schwitzig kein vergleich zum ersten spiel der gegner war richtig gut hat ein krankes team und wir ziehen also in runde drei ein bis durch weg hier rein nein hat mich angetäuscht ja bitte mach ihn okay du musst erst mal warm werden eben drei blablabla drei vier buden gemacht und jetzt oh shit da kommt sogar nicht mal maldini hinterher stark ederson stark was ne lücke nee komm geht hin komm geht hin komm geht hin jetzt komm geht hin Guck mal da oben Da geht der Kane Der Kiem Ja, schieß Schieß doch früher, warum brauchst du so lange? Komm jetzt, geh ab Der ist gut, der darf nicht im Abseits sein Der ist nicht im Abseits Und der macht den, der ist so eiskalt Vorm Tor, der Typ macht sie alle rein Diese irische Butter Schmiert die so links, rechts rein Da muss er stehen Ich bin gerade noch so angewählt Ederson rettet uns den Arsch Der spielt echt das Spiel seines Lebens Let's go, wir stehen im Finale Mit unserem zusammengewürfelten Team Krank, hätte ich nicht gedacht Hätte ich wirklich nicht gedacht Finale Oh Boah Ach du Kacke Oisebio Oioioioioi Boah Komm, du musst es machen Bitte, Ribery Da kommt keiner mit Ja Spiel den Ball Let's go, Ribery Komm on, 1-1 Uff Boah, er, was macht er denn da? Er hat mich komplett hops genommen Ja Das war stark Jetzt bin ich einen Schritt die ganze Zeit zu spät Ey, jetzt soll es nicht sein Jetzt soll es einfach nicht mehr sein Ja Ich weiß nicht Komm Finale verlieren wir hier leider Es war ein krasses Spiel Und der Gegner war auch echt gut Muss man sagen Nicht wirklich durchkommen irgendwie Eusebio Sehr stark gewesen Sehr, sehr stark gewesen Und mal schauen, was wir als Bonus bekommen Insgesamt Ein seltenes Goldpack und Premium Goldspielerpack Problem an der ganzen Sache ist Leider, wir können das nicht öffnen Weil ich noch ein paar Objekte habe Um die ich mich kümmern muss Hier wird nämlich ein kleines Experiment folgen Freunde Hier gibt es ein dickes Experiment Ein sehr, sehr dickes, Freunde Ja, Freunde Ich würde sagen, das war es dann soweit Von dieser Roll the Dice Folge Die Rewards zeige ich euch in der nächsten Episode Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da Würde mich sehr freuen Dann weiß ich, es hat euch gefallen Und ja, dann war es das soweit von diesem Video Ich bin jetzt raus Bis zum nächsten Mal Haut rein und ciao Bis zum nächsten Mal